Pietos verlobte Laura Maria Rüper Profil auf Dating App Huch, was ist denn dabei Laura Maria Rüper, 27, los? Die deutsche Influencerin schwebt im Moment eigentlich mit ihrem verlobten Pieto Lombardi, 30, auf Wolke 7, der DSDS-Sieger aus dem Jahr 2011 und die ehemalige Rechtsanwaltfachangestellte erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Doch jetzt sorgte die Blondine für einige Fragezeichen bei ihren Fans, Lauras Profil auf einer Dating App ist nämlich trotz ihres Liebesglücks offenbar immer noch aktiv. Bild liegen jetzt mehrere Screenshots von einem Profil mit einigen Fotos von Laura auf der Promi-Dating-Plattform-Reihe vor, sie hat ihren Account also offenbar noch nicht deaktiviert. Auf der Dating App veröffentlichte sie nicht nur ein paar Selfies, die vor ihrer Schwangerschaft entstanden sind, sondern auch ihr Alter. Ihren Insta-Namen, ihren Wohnort und Co-Opti-Beauty das Profil aber auch tatsächlich noch benutzt, ist unklar, dass sich Laura in den vergangenen Monaten auf einer Dating App rumgetrieben hat. Dürfte nicht allzu überraschend sein, immerhin führten Pietro und sie lange Zeit eine turbulente On-Off-Beziehung mit zahlreichen Pausen. Pietro erklärte aber erst vor ein paar Tagen gegenüber der Zeitung, wir hatten schon Paartherapie, weil wir einfach zu viele Ons und Offs in unserer Beziehung hatten. Ihre Liebe scheint jetzt also deutlich gefestigter zu sein.